Ja, Servus, Leo. Ja, grüß dich. Freut mich, dass du heute gekommen bist. Ja. Und dass du mich da besuchst. Jetzt wird's schon schön duschig. Ein bisschen kalt. Na ja, jetzt kommt der Herbst. Ich weiß, was du da eigentlich. Ja, was glaubst du, was ich alles tue. Ich tue da umeinanderplatten in alte Sachen, weil ich weiß, dass das alte Wissen und auch die alten Breich nicht verlangen gehen dürfen. Das gehört unbedingt immer wieder weitergesagt. Und ich so in Blattleder da und schau auch nach und weiß auch, dass jetzt eine kalte Jahreszeit kommt, eine dunkle Zeit, gespenstisch. Und da schnurft ich so ameinander und suche halt meine Sachen. Da habe ich unter andern auch, muss ich dir vorstellen, ein Bild gefunden. Ein Bild und da sind die Krabberle oben. Kennst du die Krabberle? Ja. Schau das an. Voll die Krabberle. Meinst du, dass es die nicht gibt? Ich sag das mal, pass ja auf, die kommen noch nicht. Die Gläscher von den Bergabber. Und da geht's runter. Und da geht's runter. Und was in so einer dunklen Zeit, jetzt hinten noch einmal, wo wir gerne auch der Kern zahlen. Und wenn die Flamme brennt, dann bin ich eigentlich geschützt. Dann dürfte ich mich nicht. Flamme. Flamme.